Was gibt's in dieser Woche nicht alles über Köthen zu erzählen? Wir hatten ein wunderbares Fest der Vereine. Wir blicken natürlich wieder auf den Sport und es gibt Neuigkeiten aus dem Verbotsgymnasium, aus dem Ludwigsgymnasium in Köthen. Und ich bin heute natürlich nicht ganz alleine, sondern bei mir ist der liebe Julian. Hallo Julian. Hallo Stefan. Na, wie hast du die Woche verbracht? Es wird ja langsam so ein bisschen herbstlich-muckelig draußen. Ja, also es war die kälteste Woche seit dem Sommer. Ich habe, ja, auch das Wetter ein bisschen unterschätzen, hatte noch meine dünne Jacke. Die wurde dann irgendwann zu dünn, dass ich jetzt angefangen habe, meine dicken Jacke rauszuholen. Aber ansonsten war es eigentlich eine sehr schöne Woche mit, ja, vielen Ereignissen. Und jetzt zum Freitag noch Podcast-Köthen ist natürlich dann der krönende Abschluss. Ist jetzt nicht auch Zeitumstellung? Nee, nächste Woche. Nächste Woche ist Zeitumstellung, genau, am 29., 27., glaube ich. Vom 28. zum 29., vom Samstag zum Sonntag. Aber man kann sich ja schon mal vorbereiten, kann schon mal die Bedienungsanleitung. Man kann ja die Uhr jetzt schon mal zurückstellen, weil dann ist man ja immer eine Stunde, nee, steht mal zurück, genau. Das heißt, wenn man jetzt zurückstellt, ist man, wenn man terminiert, immer eine Stunde eher da. Schlau, oder? Ganz schlau. Bist du eigentlich eher Typ Sommerzeit oder Typ Winterzeit? Ich bin eigentlich so, wie es ist, Typ. Also ich finde es schön, wenn es im Sommer länger hell ist, so wie es der Fall ist. Und im Winter bin ich eigentlich auch einer, der es mag, wenn es früh dunkel wird. Also ich mag so diese dunkle, mystische Zeit. Von daher ist mir das eigentlich, passt mir das so. Du nimmst es, wie es kommt. Ich nehme es so, wie es ist, genau. Eine andere Chance hat man ja eh nicht. Wie bist du? Wie ist das bei dir? Bist du eher Sommer, Winter? Also ich bin schon Typ Sommer eher. Also ich finde das toll, wenn man lange was machen kann, weil irgendwie ist das so, wenn man im Sommer von Arbeit kommt, dann hat man immer noch so den Gedanken, so, was mache ich jetzt noch? Und im Winter ist das eher so wie, gut, dann lege ich mich jetzt hin. Na gut, im Winter machst du ja eh immer Winterschlaf. Von daher ... Wieso mache ich Winterschlaf? Naja, du bist dann immer ein bisschen träger. Ist das nicht so in der Winterzeit, wenn man da immer so träge ist? Es gibt so diese Herbstdepression, Winterschlaf. Also bei mir kommt ja nach der Herbstdepression gleich der Winterschlaf, die Frühjahrsmüdigkeit und das Sommerloch. Ja, so kann man das ja auch beschreiben. So geht es quasi einmal quer durchs Jahr. Aber vielleicht schauen wir mal auf das vergangene Wochen zurück, weil da gab es ja auch einiges in Köthen. Der Markt war wieder voll. Ja, es gibt ein wunderschönes Video, schaut gerne mal vorbei bei uns auf Facebook, vom Fest der Vereine, das ja in Köthen stattfand zum dritten Mal. Und ich habe mich darauf umgesehen und es waren tatsächlich viele, viele schöne Sachen da. Also für mich immer noch das Faszinierendste. Und es war eigentlich ein bisschen schade, dass du nicht da warst, Julian. Das wäre etwas für dich gewesen. Gab es Seilpackers? Nein, aber das Abseilen aus dem Kirchturm, aus 21 Meter Höhe, aus dem Fenster raus. Und du wolltest das nicht? Nee, ich konnte ja nicht, wegen Arm und so. Ach so. Aber für dich wäre das was gewesen. Nee, da hatte ich auch, glaube ich, Angst. Dann hätte ich geschrien. Dich würde ich da gerne mal sehen. Vielleicht nächstes Jahr. Aber wie viele Vereine waren denn da? Du, ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht gezählt. Das war aber der Markt gut voll. Also auch mit Vereinen. Es war Eintracht Köthen da, da konnte man auf ein Tor schießen. Dann war das DRK da. Konnte man Blut abnehmen lassen? Nee, da konnte man so ein bisschen sein Wissen testen rund ums DRK. Und die hatten so eine Box mit, wo so Dinge drin waren. Und die musste man dann ertasten. Und da hatte ich alles richtig. Und was war da so drin? Eine Walnuss, ein Trichser, eine Nudel, ein Teelicht. Was war denn noch drin? Nicht zu viel verraten, vielleicht machen sie das nächste Mal. Vielleicht machen sie es wieder, ja. Und dann schreibt jetzt einer. Nee, dann saß ich, also das ist auch ein Schauspiel, in einem Rennauto vom Motorsportclub, vom MC. Und bist abgedüst. Nee, aber erst mal in so ein Ding reinkommen. Das ist ja sehr, sehr, sehr eng und tief. Und das ist schon ein, für ältere Menschen ab 40, stellt das durchaus schon ein kleines Problem dar. Was sich aber gezeigt hat, und das hat auch Martin gesagt, der ja damit auch involviert war, wie inklusiv Vereine eigentlich schon sind bei uns. Also wenn du das gesehen hast, jung, alt, groß, klein, dick, dünn, mit Handicap, ohne Handicap, Hautfarbe, war alles auf dem Markt vertreten. Und völlig selbstverständlich dabei und integriert. Das sind immer gute Beispiele, ja. Ja, wunderbar. Feuerwehr war, da konntest du so, na so, so dieses Haus, kennst du das mit dieses, wo du dann mit dieser Spritze. Wo dann so eine Flamme kommt, die aus Holz ist. Ja, da muss man die böse Holzflamme. Ja, das ist auch immer toll. Aber da waren bestimmt viele Kinder, oder? Die haben da. Ja, auf jeden Fall. Nabu war da. Ich habe auch bei den Gebärdensprachfreunden ein bisschen Gebärdensprache gelernt. Das war auch total spannend, da mal einzutauchen in diese Welt. Denn das ist ja eine völlig andere Sprache. Ja, ist klar. Die sprechen ja nicht. Die zeigen ja. Genau. Und was ich bis dato auch nicht wusste, was aber eigentlich auch logisch ist, dass auch jedes Land seine eigene Gebärdensprache hat. Ach echt, ja? Also es gibt jetzt nicht so eine weltweit einheitliche, sondern das ist wie, wenn du jetzt halt eine Fremdsprache lernst, müssen die dann auch umlernen. Aber es gibt auch internationale Gebärden. Wollen wir vielleicht nächste Woche unseren Podcast in Gebärdensprache machen? Naja, dann haben die Hörerinnen und Hörer ja vielleicht nicht ganz so viel davon. Aber ich finde das tatsächlich ein spannendes Thema, weil auch das hat für mich ganz viel mit Inklusion zu tun. Wie können Menschen, die mit dem Hörer Probleme haben, da sich verständigen? Und das ist für mich immer eine faszinierende Sache, was dort zu sehen ist. Definitiv. Also ich finde auch, jeder Verein hat sowieso immer so seine, was man eigentlich auch gar nicht auf den ersten Blick denkt, was alles auch Vereine so für verschiedene Aufgaben haben und was sie auch so neben dieser ganzen Vereinstätigkeit auch noch machen, finde ich das immer höchst spannend. Also auf jeden Fall kriegt man da einen kleinen Einblick. Das waren ja bei weitem nicht alle Vereine, die Köthen zu bieten hat, die dort waren. Und ich finde es halt klar, es wird immer Gründe geben. Dann hat man einen Wettkampf an dem Tag oder es gibt irgendwo anders eine Versammlung oder wie auch immer. Das ist auch alles nachvollziehbar. Aber ich glaube, da könnte sich der ein oder andere Verein nochmal ein bisschen positiv darstellen oder ein bisschen überhaupt darstellen und auch auf Mitgliedersuche gehen. Denn einige haben das sehr clever gemacht, zum Beispiel auf dem Hockey. Da wurden gleich die Kiddies rangeführt. Da gab es einen Hockeyschläger. Dann ist man so ein bisschen um diese Pylonen gedribbelt und hat aufs Tor geschossen. Und da kann ich schon mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen gefallen hat und dass die jetzt sagen, Mami, Papi, das will ich gerne machen. Also in Köthen gibt es ja ganz viele Vereine. Das haben wir ja schon mal so ein bisschen aufgedröselt. Normalerweise müsste sich ja jeder Verein auf sowas präsentieren, weil ich glaube, eine bessere Plattform Findest du nicht? Nein. Gibt es eigentlich nicht, oder? Genau, sage ich ja. Es müssten viel, viel mehr Vereine bei solchen Veranstaltungen mitmachen und da auch präsent sein. Mein Reden. Vielleicht ja nächstes Jahr. Genau. Zum vierten. Apropos Vereine, ich habe ein bisschen was vom Sport mitgebracht. Interessiert es dich? Ja, brennend. Und unsere Zuhörer sicher auch. Genau, also wir haben ja unsere drei großen Sportvereine ein Stück weit im Fokus. Los geht es mit Fußball, dem CFC Germania 0-3. Die spielen in der Landesliga Mitte. Und aktuell, Thema Aufstieg steht ja im Raum und sie sind auf dem zweiten Platz der Tabelle. Somit schon mal ganz gut. Aber das Ganze ist ein bisschen trügerisch. Denn der CFC hat 13 Punkte. Spitzenreiter Zerbst hat 15. Aber der Platz sieben, also deutlich weiter unter Platz zwei, der hat elf Punkte. Also nur zwei Punkte Abstand. Und das kann also ganz, ganz schnell hin und her gehen. Da gibt es auch sechs Mannschaften, die noch ein Nachholspiel haben von den zwölf Mannschaften. Unter anderem auch Zerbst, also der Spitzenreiter. Die könnten also noch mal davon ziehen von vor Germania. Und ja, aber ansonsten dürften diese Nachholspiele nicht groß in die Platzierung vom CFC eingreifen. Vielleicht einen Platz am Ende, wenn ich richtig gerechnet habe, ausmachen. Und das ist also an sich ganz gut. Jetzt ist aber wichtig, weiter, weiter Punkte sammeln. Und die beste Chance dazu gibt es natürlich immer beim Tabellenletzten. Und dagegen müssen sie dieses Wochenende ran. Genau, dagegen geht es am 21. Oktober hier zu Hause. 15 Uhr gegen kleinen Mühlingen-Zenz. Da warten die nächsten drei Punkte. Aber man unterschätzt den Tabellenletzten ja auch ganz gern. Das stimmt. Also es ist auf jeden Fall für jeden, also für alle Fans, auf jeden Fall jedes Wochenende Pflicht zu schauen, weil es kann sich alles ganz schön ändern. Das geht jetzt richtig ratz batz. Nicht so wie in der Bundesliga, wo man nach zehn Spielen weiß, Bayern werden es wieder. Aber es ist halt noch ein bisschen was drin. Und mit den wenigen Mannschaften, die es da gibt, zwölf sind es, glaube ich, in der Landesliga-Mitte, das ist auch schnell rum. Da gibt es dann 22 Spiele und dann ist Asche. Dann war es das. Aber wir gucken mal, ob es denn mit dem Wiederaufstieg klappt. Handball, die HG 85, aktuell Platz 11. Dann der Oberliga-Mitte beim Handball, also ein bisschen im Mittelfeld. Und das nächste Spiel lautet HC Elbflorenz 2 gegen die HG 85. Also ein Auswärtsspiel. Und das findet am Sonntag statt. 22.10.17 Uhr. Wer da also gerne hinfahren möchte nach auswärts, der kann das gerne tun. Und die zweite Feldhockey-Bundesliga, da gibt es leider, leider keine guten Nachrichten. Der CRC steht weiterhin auf Platz 10, dem letzten Platz der Tabelle, hat also lediglich drei Punkte aus acht Spielen eingeheimst. Und die nächste und letzte Chance der Hinrunde, die gibt es am 22.10. beim TUS Lichterfelde. 14 Uhr. Und ja, wie gesagt, weiter geht es dann im April. Die Hinrunde im Feldhockey-Zweite-Bundesliga, die ist dann rum. Das war es. So viel vom Sport. Zurück zu Julian. Vielen Dank, Stefan, für diese sportliche Wochenein-Vorschau hier aus unserer schönen Stadt. Und ich würde sagen, wir kommen mal vom Sportlichen, wo ja auch eine Kleidung sehr wichtig ist. Also man sollte ja sicherlich, wenn man bei Vereinen mitspielt, dann auch die Vereinskleidung tragen. Kommen wir mal zur Schulkleidung. Also es gibt ja viele Länder, die ja Schulkleidung tragen müssen. In Deutschland ist das noch nicht der Fall. Aber wir haben ja bei uns im Podcast ja auch schon des Öfteren darüber gesprochen, dass es ja Diskussionen diesbezüglich ja auch schon hier bei uns an Köthener Schulen, genauer gesagt, an einem Ludwigsgymnasium gab. Da sollte ja mal die Jogginghose verboten werden. Das Gerücht ging rum. Was sich ja dann nicht bestätigt hat. Aber in dieser ganzen Sache, und wer unseren Podcast hört, weiß ja, wir bleiben ja auch dran und recherchieren nach, gibt es wieder neue Infos, dass dort ja jetzt doch was Neues ist, oder? Ganz so ist es ja nicht. Also die Eltern und Lehrer haben sich ja durchgesetzt gegen die Schüler und es gibt durchaus den Passus der angemessenen Kleidung jetzt in der Schulordnung. Das ist also durchgekommen. Angeregt wurde das Ganze ja durch die Eltern, wie ich das jetzt erfahren habe. Also die wollten das gerne, wo ich mich jetzt allerdings auch ein bisschen frage, wo ist da jetzt die Aufgabe der Schule, auf die Klamotten zu achten. Das wäre für mich tatsächlich im Grunde erstmal eine ganz wichtige Aufgabe der Eltern. Und da geht man dann aber davon aus, dass sich die Kinder dann auch in der Schule umziehen. Also sie gehen ganz brav und gesittet zu Hause mit Schlips und Kragen und dann werden die wilden Sachen auf dem Schulklo. Achso, das ist doch wieder Utopie, sowas zu denken. Ja, also jetzt … Das also zum einen. Und ja, tatsächlich hat also diese Regelung Einzug gehalten. Und ja, die Schüler haben es also versucht zu verhindern. Das haben wir ja auch schon des Öfteren gehört. Das wurde ja auch kommentiert. Das stand ja auch in der Presse. Aber es wurde dann halt entschieden. Ja, Punkt. Und jetzt ist aber das Problem, dass die Lehrer das sozusagen kontrollieren sollen. Und bei so einer lapidaren, nenne ich es mal, Anordnung wie angemessene Kleidung, kann das jetzt natürlich auch jeder so für sich ein bisschen interpretieren. Es gibt ja auch Jogginghosen, die auch sehr hübsch aussehen. Es müssen ja nicht immer diese Schlapperhosen sein. Es geht ja nicht nur um Jogginghosen. Dem einen ist der Rock zu kurz, dem anderen zu lang, dann hier. Der dritte mag kein Blau. Tut mir leid, das ist für mich alles so ein bisschen … Das kann man alles sehr weit auslegen. Und ich glaube, da gibt es auch nicht das richtig oder falsch. Weiß ich nicht, ich finde das ein bisschen affig, muss ich wirklich sagen. Ja, also ich glaube, wenn das Schulsystem so wäre, dass alles perfekt wäre, okay, dann könnte man sagen, ja, man kann sich damit beschäftigen und man hat ja sonst nichts zu tun. Aber ich glaube, die Bildungslandschaft, auch hier in Köthen, hat ganz andere Probleme, als sich über irgendwelche Sachen aufzuregen, die Schüler kleiden. Die sollen sich lieber darum kümmern, dass Unterricht nicht ausfällt und dass die Schülerinnen und Schüler nach der 12. Klasse auch gebildet aus der Schule rausgehen. Das ist, glaube ich, ein viel schlimmeres Problem, dass das eben nicht mal so der Fall ist, als sich über solche Dinge aufzuregen. Also, weiß ich nicht. Also diese Infos, die haben wir uns jetzt auch nicht aus der Hand gezogen, sondern die haben wir tatsächlich aus verschiedenen Quellen aus dem Lüttwigs-Gymnasium gesammelt. Und ich würde sie da durchaus auch mal als verifiziert betrachten. Also es gab schon Diskussionen über entsprechende Kleidung. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, wir haben in vergangenen Folgen sehr, sehr viel über dieses Thema philosophiert. Und da ist auch so gut wie alles gesagt. Also entweder macht man dann gleich eine Schuluniform oder man lässt es. Aber es ist Bewegung in der Sache. Also es wird sich immer wieder, ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Nee, das definitiv nicht. Ich meine, vielleicht möchte ja auch jemand mal herkommen und uns das Ganze ein bisschen erläutern. Also unser Podcast-Stübchen ist offen und kommt gerne rum. Liebe Lehrer, liebe Schüler, liebe Eltern, und lasst uns über dieses Thema reden, wie ihr das alles seht. Also ich selber war Schüler an dieser Schule. Ich habe sie damals als sehr liberal und offen empfunden. Und den Blick von außen, naja. Ist immer schwierig für Außenstehende, die nicht genau wissen, was passiert, darüber auch zu sprechen. Aber wenn, Stefan hat es gerade schon gesagt, ihr Lust habt, mal vorbeizukommen, dann macht das gern. Meldet euch gern über unsere E-Mail-Adresse über köthnetkirche-anhalt.de oder schreibt uns einfach eine kurze Nachricht über den Facebook-Messenger. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn ihr natürlich auch weitere Anregungen, Kritikpunkte oder auch Lob habt oder auch Geschenke, die ihr loswerden wollt, wir nehmen gerne alles, also fast alles, an schönen Geschenken. Dann meldet euch ebenfalls an den gerade genannten Adressen. Es gibt ja bald einen profunden Grund, uns mit Geschenken zu überhäufen. Genau, wir feiern unsere 100. Folge. Tada! Am 10.11. erscheint sie, unsere Jubiläumsfolge. 100 Folgen. Julian, hättest du das mal gedacht, dass wir hier mal 100 Folgen erreichen? Nee. Ich habe gedacht, dass wir nach der 10. Folge Wut in Brand alle auch das Projekt abbrechen und sagen, wir haben keinen Bock mehr, wir gehen uns alle auf den Sack. Er war ja auch so. Nee, Quatsch. Ja, also es gab schon Folgen, wo wir dann, ja, hat man glaube ich immer in einer Beziehung, und die wir ja eigentlich schon geführen. Unsere Dreierbeziehung. Unsere Dreierbeziehung, die wir jede Woche hier im Podcast-Stübchen ausleben. Hätte ich nicht gedacht, aber ich finde es cool. Und wenn man so überlegt, 100 Folgen, das ist echt schon wahnsinnig viel. Und wenn man so denkt, dass wir im nächsten Jahr schon in unser drittes Jahr gehen, irgendwie sehen die kein Stück älter aus. Ja, wir werden auf jeden Fall ganz viel aus unserem Nähkästchen plaudern. Und das gibt, vielleicht verraten wir das in der nächsten Folge schon, wer diese Folge hosten wird. So viel, das werden nicht wir sein. Genau, wir sind es nicht. Es ist nämlich, nein, ich sage es jetzt nicht. Das ist doch hier war rasch. Aber, ich sage mal, 100 Folgen, glaubst du, dass wir es bis zur 200. Folge schaffen, dass die B6N eröffnet ist? Tja, das ist jetzt natürlich ein zweigeteiltes Thema. Also auf der einen Seite würde ich es mir wünschen, auf der anderen Seite wäre denn die Knoblauchschildkröte weg. Das wünsche ich mir eben nicht. Dafür die baut man ja extra Tunnel. Ja, vielleicht wären die ja vom Bagger überrollt. Es sind nicht so viele da. Ja, strenger Naturschutz. Jede Baustelle, wenn da, guck mal, sag mal, wenn ich mal zum Beispiel mit dem Auto, ich habe auch schon mal einen Huhn überfahren. Du hast einen Huhn überfahren? Also das geht halt schnell. Hühnermörder, Hühnermörder. So ein Hasen oder so. Deswegen muss man da wirklich aufpassen. Aber ich glaube, oder ich habe ja auch gelesen jetzt vor kurzem, dass es da jetzt wieder ein bisschen vorangeht. Das soll ja jetzt, ja, die kleinen Bagger sollen wieder anfangen zu rollen. Es werden erstmal nochmal drei Kilometer Straße gebaut und am Rest werden dann erstmal noch Brücken errichtet, weil die zuerst errichtet werden müssen. Ach, die sind auch noch nicht. Nein, da fehlen noch vier Brücken und dann, aber erst dann kann man die Straße bauen, wo ich mir sage, die vier Brücken hätte man noch am Haus in den letzten zehn Jahren bauen können. Tja, ist halt Bürokratie wahrscheinlich. Also wir müssen es so ausrichten, dass wir die 200. Folge live von der Eröffnung der B6N machen. So, das heißt, jetzt könnte man rechnen, liebe Straßenbaubehörde. Ich glaube 2026 rechnen sie damit. Also es würde fast hinkommen, wenn wir uns jetzt ranhalten. Ja. Wir können sie auch ein bisschen ärgern machen. Zwei Folgen in der Woche, dann müssen sie schneller arbeiten. Oder wir machen dann mal wieder eine ausgedehnte Pause. Ja, ich glaube, wir werden uns da einig. Aber für die 200. Folge müssen wir uns auch noch was Cooles einfallen lassen. Vielleicht denken wir da ja mal das nächste Mal. Da denken wir zur 100. Folge drüber nach, was wir zur 200. Folge machen. Genau. Das und dann zur 1000. Ob wir dann noch hier leben? Also ich meine, vielleicht stimmt es vom Friedhof. Ich weiß es nicht. Apropos Friedhof, kommen wir zur Sonntagsfrage. Ihr habt es mitbekommen, Martin ist heute nicht da und wir haben den 22.10. und das Thema wird sein Ehescheidung. Also ein ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Er hat uns hier auch hinterlassen, womit ich nichts anfangen kann. Das sind ein Kürzel aus Zahlen und Buchstaben. Also wir können ja das PRMK 10,2 minus 9, Klammer auf 10, minus 12, Klammer zu 13, minus 16, elf grün. Klingt so ein bisschen wie eine Aufgabe aus dem Matheabitur. Martin, was ist das? Erklär es uns bitte. Das ist der 20. Sonntag im Trinitatis. Genau. Vielleicht sollte diese Aufgabe sein, dass wir diesen, dieses, diese Hyroglyphen irgendwie eingeben, dann kommen wir vielleicht zum Predigtext. Das werden wir aber dann machen, wenn hier schon aus ist. Es steht auch nicht drin, wo er ist, wann er ist. Also Wir wünschen schon mal viel Spaß. Martin kommt seiner Rolle wieder gerecht. Ja, aber ihr wisst ja, jeden Sonntag ist ja in der Kirche Gottesdienst. Es geht um Ehescheidung. Also wenn ihr vorhabt, euch demnächst von eurem Partner zu scheiden, dann ist das glaube ich ein guter Ratgeber, euch Tipps und Tricks zu holen. Ich glaube, Martin verflucht uns jetzt, wenn er das hört und wir sind, treffen uns dann eigentlich nur noch in der Hölle. Ja, vielleicht ist das das nächste Thema. Hölle, Hölle, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Vielleicht sollten wir so einen Schlagersänger einladen. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Mal schauen. Ja, sind wir schon am Ende, Stefan, mit unserem Podcast für heute. Das ist schon wieder soweit. War ja nicht sehr sinnstiftend, aber egal. Ja, also ich glaube schon, dass wir ein paar interessante Themen angesprochen haben. Da gehe ich schon von aus. So, dann wünschen wir euch erst mal noch einen schönen Tag und sagen Tschüss und winke, winke. Sag Tschüss, Julian. Ja, ach so, ja, Entschuldigung, ja, schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Ich war gerade noch so in den Gedanken. Du hast aber überkürt und Kircheinhardt.de heute gar nicht gesagt. Hast du gesagt? Ja, wo sich die Schülerlehrer hinwenden sollen. Okay. So ist es dazu. Für euch.